ARD Text im Auftrag von Funk Lass es anfangen zu drehen, Mann. Niemand jetzt weg vom PC, Digga. Nee, wird schon mal ganz gut. Geh doch jetzt weg, Digga. Ey, bist du dumm? Ey, was ist los mit dir? Ich hab Angst, Digga. Ey! Ey, bist du weg! Hinten ab, Digga! Mein Knie hat wie getan, Digga. Ey, ja Digga. Das kommt davon, wenn du nicht mit, äh, wenn du nur mal bei Dicks bist. Facebook ist so ne Scheißgaben, Digga. Das glaub ich jetzt grad nicht, Digga. Das glaub ich jetzt grad nicht. Du hast mein Laptop-Dash raus, Digga, Mann! Was machst du denn hier? Okay, Raster aus. Nee, nicht Raster aus, Mann! Du brauchst mir neuen! Nein. Das ist kein Spaß! Ey, egal was! Du bist immer, du bist immer mit deinem Scheiß-Laptop unterwegs. Das ist nicht immer! Alter, das ist nicht lustig, Mann! Mann, ich helf dir nur! Nee, was ist das? Ich helf dir nur! Nein! Das ist viel besser für dich, jetzt bist du nicht so auf Facebook. Ey! Hör mal auf damit, Mann! Das ist kein Spaß gerade! Jetzt kannst du auch ein bisschen für Schule lernen. Ey! Jetzt bist du nicht so auf Facebook. Warum bist du denn da, Mann, Digga? Digga, was ist das? Hä, guck mal, das kann man noch ein bisschen richten. Ey, sag halt's Maul, Simon, Mann! Nein, guck doch, guck doch, guck doch! Komm, bloß einfach ein bisschen Klebe! Ey! Du machst dich nicht darüber lustig, du B***er, ne? Nein, Mann! Ich schau alles, du brauchst mir neuen! So! So, du brauchst mir neuen! Guck was du machst, Mann! Der ist doch noch heil! Guck doch! Er sagt, er ist heil! Wo ist der heil? Ja, ähm... Du, das ist ein Einzelteil, Mann! Hier! Das ist ein Einzelteil! Das ist nicht nur ein Laptop, Mann! Okay, okay! Warum machst du das, Digga? Ähm... Weil er immer fängt... Digga! Wie filmst du denn? Digga! Warum filmst du? So eine Kamera war doch eh am gleich! Warum filmst du? Die war doch eh gerade am! Das kommt nicht online! Das kommt nicht online, nein! Das kommt nicht online, das ist nur für mein Privat! Das wird auch nicht aufhütig... Das lösche ich jetzt sofort! Ja, ich lösche es jetzt sofort! Okay? Falls ihr sowas wiedersehen wollt, ne? Vergesst nicht zu abonnieren hier oben! Ja, Mann, wo ist der Knopf? Ich schnaufe schon mal nicht schnaufe! Ich weiß nicht, wo der Knopf ist! Ey! Hä? Ist es an? Ey! Ja, aber Bildschirm geht ja wohl nicht, ne? Deshalb wohl ein bisschen, bisschen nicht so wirklich mehr dran! Doch, ich mach den halt, Digga! Nein, warte, guck ich mach halt! Nein, du lässt den Finger von! Nein, und scheiß ich mach, du lässt den Finger! Geh mal ganz kurz! Oh Mann! Du musst das noch drehen, Digga! Dann hast du so nämlich zwei Teile, Digga! Guck mal, jetzt hast du sogar ein iPad! Jetzt hast du ein iPad, Digga! Du hast doch immer mal ein iPad, Digga! Raus, das ist mein Zimmer! Das ist mein Zimmer, Digga! Das ist mein Zimmer, Digga!